Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News am Freitag. Ja, richtig gehört, die Woche ist endlich vorbei. Und da gibt es natürlich wieder mal guten Grund, irgendwas zu zocken. Und wenn ihr nicht wisst, was, dann lasst es euch doch gerne durch Instant Gaming inspirieren. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr natürlich auch noch am März-Gewinnspiel teilnehmen, wo ihr das gewinnen könnt, was ihr haben wollt. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit der neuen Nerd News. Starten wir erstmal mit Saber Interactive. Und ja, da gibt es Neuigkeiten, denn die haben sich jetzt wohl offiziell von der Embracer Group getrennt. Nachdem die für 520 Millionen im Corona-Jahr 2020 aufgekauft wurden, wurden sie nun wieder für 247 Millionen rausgekauft. Also für eine knappe Viertelmilliarde Dollar. Saber Interactive besteht aus mehreren Studios und auch unter anderem aus 3D Realms. Insgesamt hat Saber Interactive über 2500 Bitarbeiter weltweit. Und das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, das wäre so ein kleines Portierungsstudio. Aber nein, da gehören noch eine ganze Menge anderer Studios dazu, wie der aktuelle Screenshot zeigt. Aber vielleicht sehen wir von Saber Interactive auch schon das nächste auf dem Summer Games Fest. Denn da gibt es jetzt ein Release-Datum. Und zwar der 7. Juni um 23 Uhr. Da werden wir uns das gemeinsam hier natürlich auf YouTube reinziehen. Und mal sehen, was die E3-Alternative alles so zu bieten hat. Kommen wir in die Xbox-Sparte. Da wird es kurz und knackig. Da gibt es nämlich Neuigkeiten zu Pentiment. Das könnt ihr nämlich ab sofort jetzt wieder in 120 Frames spielen. Der neueste Patch hat das jetzt wieder gefixt. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe mir vor kurzem mal einen Podcast dem Spiel angehört. Und trotz des ungewöhnlichen Stils hätte ich doch mal Interesse daran, das zu zocken. Es ist im Grunde genommen wie ein modernes LucasArts-Adventure. Und da könnt ihr über Jahre hinweg die Schicksale von Bürgern und natürlich auch noch dem Dorf bestimmen. Und das ist eine ziemlich geile Sache, wie ich finde. Bisher sah das für mich eher langweilig aus. Aber vielleicht werde ich es jetzt mal anfassen. Das Spiel ist auch im Game Pass verfügbar. Gut, aber die Playstation-Alternative zum Game Pass ist natürlich Playstation Plus. Und da gibt es jetzt neue Titel für den März. Und da gibt es wieder ein paar schöne Neuerscheinungen, die ihr dann offiziell zocken dürft. Unter anderem zum Beispiel Marvel's Midnight Suns, Resident Evil 3 und auch noch Dragon Ball Z Kakarot in der Playstation 5-Version. Richtig coole Sache, wie ich finde. Da kann man dann gleich mal auf die aufpolierte Version aufspringen. Und ich glaube, dann werde ich das Spiel auch mal direkt starten. Außerdem gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel für Playstation Plus Premium in der Klassiker-Sektion. Da könnt ihr zum Beispiel auf Cool Borders umsteigen, auf Jack & Dexter und auf Phoenix Wright Ace Atenity Trilogy. Also viel Spaß damit und da gibt es wieder mal eine ganze Menge zu zocken für den März. Was auch eine ganze Menge zum Zocken ist, ist Final Fantasy VII Rebirth. Und da gibt es ein Kartenspiel, das nennt sich Queen's Blood. Und ja, ich bin ganz ehrlich, das ist immer das, was ich geskippt habe. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Aber für die Leute, die sich da richtig reingrinden in das Game, die könnten sich eventuell freuen. Denn es könnte sein, dass dieses Spiel erweitert wird. So wie das zumindest Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit Red Bull geäußert haben. Und ja, das könnte dann sowas sein wie Grand The Witcher, dass das dann nochmal als Auskopplung kommt, weil das Spiel auch sehr, sehr gut ankommt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, aber das ist mir doch egal, ich habe doch immer noch keine Playstation 5, dann schaut mal gerne vorbei. Denn Sony hat mal wieder eine Rabattaktion und ich glaube, das ist die Konsole mit den meisten Rabattaktionen, die ich je gesehen habe. Jedenfalls könnt ihr jetzt die Playstation 5 in der neuesten Version, in der kleineren Variante, beim Playstation Store für 479 Euro bestellen, inklusive Laufwerk natürlich. Und wenn ihr zum Beispiel bei Amazon mal vorbeiguckt, dann könnt ihr sogar, naja, für 449 Euro die Konsole kaufen mit Neu- und Garantie. Warum denn auch nicht? Finde ich auf jeden Fall einen fairen Preis für das, was man in dieser Konsole bekommt. Und es gibt noch eine schöne Meldung. Und ja, warum kommt Rockstar Games jetzt bei Playstation vor? Rockstar Games arbeitet nämlich mit den Emulationsexperten von Impact Conversions zusammen. Und die haben schon eine ganze Menge Sachen portiert über Emulationen. Und eventuell könnte es sein, dass wir ältere Titel der GTA-Serie oder vielleicht sogar noch andere Spiele demnächst auf der Playstation sehen werden. So vermutet man zum Beispiel, dass man GTA 1 und 2 auf die Playstation bringen wird. Hoffentlich aber in der PC-Version. Denn die Playstation 1-Version von GTA 2 und auch 1 sind schwierige Sachen mit den Framerates und Grafikeffekten. Aber ich würde mich freuen, wenn sich einfach mal jemand die Mühe macht und die PC-Version auf die Konsolen bringt. Warum denn auch nicht? Die Leistung ist definitiv da. Tja, und dann kommen wir auch schon zu Nintendo. Und wo wir gerade von High-Performance-Konsolen geredet haben, das ist die Nintendo Switch natürlich nicht. Aber es könnte sein, dass definitiven Shoot-Arbeit auf die Nintendo Switch kommt, der eigentlich ein bisschen mehr Performance braucht für hohe Framerates. Und zwar Valorant Data Miner finden nämlich Hinweise zu einer potenziellen Nintendo Switch-Version. Denn viele Data Miner haben jetzt immer die aktuelle Version von Valorant auseinandergenommen und haben rausgefunden, dass neben Smart Devices, Playstation und Xbox auch die Nintendo Switch jetzt vermerkt ist. Und das könnte durchaus ein Hinweis sein. Aber vielleicht ist es auch nur eine Vorbereitung auf die nächste Konsole. Weil wie gesagt, es wird halt schwierig mit den FPS. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Was auch ein bisschen Probleme mit den FPS hat, zumindest in der Demo, ist Princess and Peach Showtime. Das Spiel erscheint ja am 22. März und jetzt kommt nochmal so eine kleine Ernüchterung dazu. Denn eine beliebte Strategie, ein, sage ich mal, mittelmäßiges Spiel nicht zu sehr zu hypen, bevor es erscheint, ist, dass man die Review-Embargos auf den Tag vor Release setzt. Oder manche setzen es sogar auf den Tag am Release. Und ja, das Review-Embargo von Princess and Peach Showtime fällt am 21. März, also ein Tag vor Release, wo es viele vielleicht aus der Vorbestellung schon in der Hand haben. Ja, kann jetzt gar nichts bedeuten. Kann aber auch heißen, dass Nintendo eventuell nicht so überzeugt ist von dem Titel. Ihr könnt auch gerne mal reinhören. Und in unseren letzten freien Podcast auf nerdpodcast.de im Roundup haben wir uns auch nochmal intensiv über die Demo unterhalten. Und ja, die scheint performanstechnisch und so nicht so der Burner zu sein. Aber ich bin auf das finale Review gespannt. Weiter geht es mit Berserk Boy. Und das ist ein Spiel, das hat eine kleine Besonderheit. Das wurde nämlich falsch eingestuft im E-Shop ab 0 Jahren. Und eigentlich ist es ab 12 Jahren freigegeben. Deswegen muss es aus dem E-Shop nochmal entfernt werden. Jetzt ist das Spiel aber mittlerweile wieder verfügbar. Und ja, das ist schon das zweite Spiel innerhalb von wenigen Monaten. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Vielleicht müssen Nintendo oder was weiß ich da trotzdem nochmal jemanden ransetzen, der da vielleicht nochmal drüber guckt über das Ganze. Über was man definitiv nicht gucken muss, ist Luigi's Mansion 2 HD. Denn das Spiel ist fantastisch und sieht jetzt noch besser aus. Ist jetzt aber auch vorbestellbar. Und das genauso wie Paper Mario. Ja, die beiden Dinger bekommt ihr jetzt bei Amazon. Beide für 59,99. Jeder muss natürlich wissen, ob er für die Remaster so viel Geld ausgeben will. Ich habe jedenfalls beide sehr gefeiert. Und auch die Cover sind halt super hübsch. Ist was Schönes für Sammler. Und zu guter Letzt gibt es noch den Super Mario Bros. Film. Da gibt es nämlich jetzt einen Guide im Internet direkt von Nintendo mit Easter Eggs und Anmerkungen. Und der ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Da könnt ihr dann mal reingucken. Link ist unten in der Beschreibung. So, und dann kommen wir aber auch schon zu den Themen, die nicht zu den großen Herstellern gehören, sondern eher so in den kleineren Sektor rutschen. Und da fangen wir mal mit Star Wars Battlefront Classic Collection an. Das Ding ist ja jetzt nun erschienen. Und ja, wie immer bei Aspire ist es so ein zweischneidiges Schwert. Bekommt man was Vernünftiges oder eher nicht so. Und bei Battlefront ist es so, dass die Spiele zwar laufen, aber der Netcode nicht. Und das ist nicht nur Nintendo Switch Online, sondern auf allen Konsolen so. Und Aspire arbeitet schon daran, das zu beheben. Ja, es ist halt nun mal ein Unterschied, wenn man ein Klassiker portet im Singleplayer-Segment oder aber auch noch ein Multiplayer aufziehen muss. Das ist sehr schade. Ich hoffe jedenfalls, dass die Spieler jetzt nicht massenweise abspringen, denn die haben sich ja sehr gefreut auf das Battlefront. Aber das wird auch schon bei den Tests aufgefallen sein. Und das fällt bei Aspire auch ganz oft auf. Bitte testet sowas und fixt sowas, sobald ihr könnt. Weiter geht es mit Entlassung bei Respawn Entertainment. Ja, richtig gehört. Auch hier gibt es mal wieder Neuigkeiten. Tja, und um wen geht es da genau? Um das Apex Legends Entwicklungsteam. Da hat ja EA schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass man nicht ganz zufrieden ist mit dem Spiel mittlerweile. Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Auszug aus der News nehmen wollen, dann sagt ein Mitarbeiter, die Art und Weise, wie ich heute während des Prozesses behandelt wurde, war so kalt und unmenschlich. Einfach weggeworfen wie Müll. Das heißt, EA. Es tut mir leid. Aber naja, man kennt es ja mittlerweile leider. Und ja, auch bei Respawn scheint man da mittlerweile an dem Punkt angekommen zu sein, dass man da einfach eiskalt Leute rausschmeißt. Das ist natürlich sehr schade. Aber wir haben noch was Schönes. Und zwar freue ich mich sehr auf das neue Alone in the Dark. Ich weiß, das wird wahrscheinlich kein Riesenerfolg sein. Aber ja, wenn ihr einen schnellen Durchgang macht, braucht ihr ungefähr acht Spielstunden. Und der Entwickler empfiehlt, das Spiel auch zweimal durchzuspielen. Wahrscheinlich mit den verschiedenen Charakteren. Und dann habt ihr auch nochmal ein anderes Story-Erlebnis. Ähnlich wie damals bei Resident Evil 1 zum Beispiel. Oder auch Resident Evil 2. Und das Coole daran ist, so kurz sind die acht Stunden gar nicht, wie sie klingen. Denn Resident Evil 1 hat man, wenn man schnell war, damals in anderthalb Stunden durchgezockt. Es gab sogar eine Trophäe im Remake später dafür, wenn man das unter 70 Minuten durchgezockt hat. Also es ist möglich. Aber gucken wir einfach mal, wie lange man wirklich braucht. Und zu guter Letzt haben wir noch ein kleines Update zu Tomb Raider 1 bis 3 Remastered. Das hat jetzt nämlich ein 120 FPS Update erhalten für die großen Konsolen. Und auf allen Konsolen werden jetzt Gegenstände hervorgehoben, wenn man das dann haben will. Ähnlich wie zum Beispiel bei Point & Click Adventures. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Nerd News zum Wochenende. Wir werden sicherlich am Wochenende ein bisschen streamen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020